bestimmtes bild erfassen gold wird ja ja okay super spiel ausstellen eine ganze menge und foxy sehr geil dann eigentlich nicht ach so auch geil ja ich finde mein spiel nicht das ist schlecht ich wollte gerade sagen das ist schön aber freunde folge heißen game of life kaya bin schon bin schon ich seit wann heiße ich kann ja ich habe schon eingeladen quasi pupsi schatzi mausi ich weiß ich habe schon angenommen so ein ausgebuchter hat er schon einfach angenommen das ist ja ich bin so ein richtiger ausgebuchter und wuff wuff ich habe ihn aber auch zuerst eingeladen ja das beste kommt zum schluss ach so tatsächlich gerade tatsächlich gerade mein schatzi kaya du bist das beste das beste kommt zum schluss das sieht sie wahrscheinlich das sieht sie wahrscheinlich anders ja definitiv kaya ist das letzte das stimmt das beste das stimmt so das jetzt du nun auch nicht hallo okay das vorletzte das allein ist das vorletzte ich habe es doch zurückgenommen davon springt man darf springen natürlich davon springen sehr geil so dann möge der beste gewinn luna danke für 745 bits vielen lieben dank und das nur weil du die jetzt haben willst nein oh gott ja was ich dachte frisch ist das drin nicht nur nein jetzt ist luna glücklich nun hat eine katze die lörkatze die lörkatze weiße white cat hoch ich bin ja letzter luna glücklich ja schön aus das ist mein mann gern geschehen ich habe mir schon bedankt gern geschehen danke gern geschehen so ne wurst hier nee ei ball nein nein okay berg gb bis zum schluss Nada gut alles noch im grün Alles in grün Ja, bei mir nicht Mir liegen die einfach nicht Darüber kann ich Wooser Nein, ja Nein, ja Jau Nee, hole in one Wie geil Muss ja auch mal Glück haben Ja, hast du ja nicht oft Oh Gott, du bist vor mir Guck mal, schon bin ich letzter Darum sag ich ja, man muss ja auch mal Glück haben Oh Ja Mal, sag mal Was hast du denn gefressen heute Eigentlich noch gar nichts So wirklich Ja, daran wird es liegen Ich mache jetzt immer einfach nichts Fressen Vom Spiel und dann läuft das Genau Ich bin einfach nur so aufgeregt Mit so tollen Menschen zusammen So ein tolles Meeting Hier zu erleben Und deswegen Bin ich so aufgeregt Dass ich So aufgeregt bin Dass ich richtig Aufgeregt bin Und die Löcher nicht erwische Weil ich so aufgeregt bin Eieiei Hui, hole in one Gleichzeitig Ja Schön Schön Wirklich Schön Shane, Shane Wenn du das Das ist ja einfach Oh 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 Doch Nicht so einfach Doch 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 Doch, 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 doch. Na ja, gut. Echt? Na ja. Kannst du deine Aussagen ja nochmal überdenken. Nein, hier wird nichts revidiert. Ich stehe zu dem, was ich sagen tue. Okay. Glückwunsch, Luna, zu Level 69. Nicht deinem Alter, sondern dein Level. 69, so, so. Hui! Buddy! Ja, 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 ja. Warte, ich kippe hier. Nein! Ich hab jetzt mal so schwimmer gemacht. Schau dir, Jürgen. Nicht schlimm, alles gut. Ich wollte dich reinpupsen. Reinpupsen. Oh ja. Oh, scheiße. Das ist einfach. Nein, nein, paar Zentimeter. Weißt du, diese schweren Dinger, die krieg ich wieder hin. Das ist dein Ding. Yo. Schwing mein Ding. So, wo sind wir denn? 24, 24, 24, ah. Nein. So knapp. Nein. Ja, ich auch. Genau. Genau so bin ich da. Ja, ich dachte, ich hätte nicht genug Schwung oder so. Kacke. Oh, kacke. Oh, da würde ich mir jetzt am liebsten richtig einen in meine Phrase hauen, ey. Ich mach mit. Ja, ich auch. Deal. Deal. Nein. Nein. Huch, wie bin ich denn da hingekommen? Okay. Das sieht ja schön aus. Nein. Am Loch hängen geblieben. Nein. Der ist hängen geblieben. Nein. Ja, ich bin auch hängen geblieben. Nein. Das ist die andere Map. Ja, das kann ich mir so sehen. Herr Unkleid hat aus mir rum. Muss ich mir Gedanken machen? Muss ich mir Gedanken machen? Was? Dies im Chat. Kann ich nicht. Ich bin raus. Das ist einfach. Wenn wir dann eh die mit den spielen, dann... Nein, 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 nein. Genoa. 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 So, jetzt habe ich, äh... Oh. Was? Alter, Kaya, was geht bei dir? Ist so, ne? Unheimlich, ne? Ja. Macht mir echt schon Angst. Ja, ich krieg auch fast das Kotzen. Das war eine ganz schlechte Idee von mir. Küm, küm. Ja, ein Stück. Das war geil. Einmal schau. Vorbei. Wieder vorbei. Ein Knorr. Wieso eigentlich Knorr? Was habe ich denn gesagt? Moa, nee, was habe ich denn gesagt? Knorr. 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 Der kleinste meiner Söhne, das wird dieses Jahr zwei. Uh. Noch so zart, jung, knackig. Leute, nicht zu doll. Ne? Oh. Ähm. Wo bist du denn gelandet? Weg. Weit. Weg ist er. Ja, ja. Hier, ganz einfach. Ey, diese einfachen Dinger, ne? Ich hasse sie. Du brauchst eher was Komplexes. Und das, ach so. Jo. Jo. Colin. Jo. Jo, how in to? Oh, echt? Ah, irgendwie wünsch ich mir ja den Sio heute hierher. Dann würde ich wenigstens nicht verlieren, du. Nett. Jo. Jo, sagt er. Oh. Hey, wo willst du denn da hin? Hm, ins Loch? Das ist das falsche Loch. Hm? Das ist das falsche Loch. Da hinten muss man hin. Ja, natürlich. Wah. Hihi. Alles. Aber nicht zu doll, Leute. Ne, ne. Jetzt? Ja. Okay, aber auch nicht zu... ...blah. Und da... Oh. Und so reißt meine Strähne wieder. Sehr schön. So zerbröselt der Keks nun mal. Oh, ne. Frisch hat zumindest genauso viel gebraucht wie ich. Züpf dieser... Du auch. Alle gleich. Alle rüber, ey. Ja? Ja. Alle fünf? Ja, alle fünf. Haben verloren. Nein. Nein. Doch. Ihr kleinsüßen Nudeln. Nudeln? Ich bin keine Nudeln. Doch, ihr seid meine kleinsüßen Holy Nudeln. Holy Nudeln? Holy Nudeln. Also, vorstelle ich bin dir immer noch von deinem pinken Ball und dem pinken Hut echt fasziniert. Ach so, das könnte ich mal abändern, hast du recht? Nee. Nee. Rutsch, es ist die Verrutsch. Yo. Oh, ich seh den Himmel. I believe I can... Hochweg ist es. I believe I can fly. Oh mein Gott. Wow, Diggi joins the server. Wie geil. Hi, Diggi. Was? Der stand gerade, dass du den Server joinst. Ja, bei dir auch, Frau Joss. Und, alles klar soweit bei euch? Wir haben uns ja lange nicht gehört. Krasser Shit, ey. Aber 100%ig. So, ich bin bereit. So, ich stelle mir gerade die Frage, wer von uns den Alkohol trinkt. Ah ja. Äh. Äh. Du denkst ja wohl, ein Bierchen ist nicht wirklich Alkohol, ne? So, nee. Radler ist kein Alkohol. Radler ist kein Alkohol. Radler ist kein Alkohol. Radler ist kein Alkohol. Ja, ja. Yo. Am Alkohol in one? Aha. Wer hat mir meint, ich gewonnen, ich hab da gar nicht drauf geachtet. Ja, ja. Nee, echt? Ja, natürlich. Kommt ja nicht oft vor, aber so ab und ab, toll, scheiße. Wie das ist ein Loch rausgerollt. Schlecht. Ja, ne? Und du stürzt irgendwie die ganze Zeit, äh. Du musst, ja, wollte ich gerade sagen. Du musst schmack es. Ah, okay. Aber auch nicht zu viel, dann fliegst du raus. Auch nicht zu wenig, sonst fliegst du raus. Hä? Ja, ich hab's eben zu lasch gemacht. Ach so. So. Man dankt mich auch Armin Laschet, weil es so lasch war. Yay, wieder auf dem letzten, geil. Goyle. So, was muss man? Ah, ich seh schon. Wuh! Danke. Okay, wie soll das denn gehen? Dank. Kaya hab ich's geschafft. Ah. Angestupst. Hello again. Wir sind noch ein paar geschafft. Mein kleiner rosa Ball. Ja. Ganz geschmeidig reingerollt. Yo. Oh, ich bin letztes. Oh. Ah. Wie auch immer das war, du kleines Arschloch. Kaya was. Was denn? Du kleines, blödes Arschloch, ey. Was denn? Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Du kleines, blödes Arschloch, ey. Hä? Ja. Du mich auch. Nicht diese Kraft ausdrücke. Das ist scheiße. Leck mich am Arsch, ey. Ne, das ist wirklich für einen Arsch so was. Ich bin diesen Weg gar nicht gegangen, den du gerade machst. Ja, ich würde ihn gerne richtig gehen. Du Vollhonk. Geh doch den langen drumherum. Meilen. Und meilen drumherum. Weißt du, egal wie ich lag, es wäre scheiße gewesen. Akaria ist schon drin. Ja, ja. Oh, ich bin ja erster. Das kriegt er jetzt gleich zurück. Wenn du irgendwo stehst, ich zieck dich weg. Ich weiß immer noch nicht, was passiert ist, aber ja. Oh, komm her. Wenn es dich glücklich macht, dann... Komm her. Du Fallgesatz. Ja, ist es mal langsam gut. Du Fallgesatz, komm her. Ist das das Loch? Ah. Ich dachte, ich wäre falsch. Ne, du bist nicht das Falsch. Das sieht nur so aus. Ne, was war das denn? So. Du entkommst meiner Rache nicht. Nicht? Ne. Nicht am geringsten. Schauen wir mal. Wenn ich jetzt wieder da auf diesen Gollum falle. Gollum? Gollum. Hier, guck mal. Da war ich eben schon. Und dann bin ich da hinten rausgefallen. Aber hier bist du eigentlich richtig. Ja. Bin ich rausgefallen. Das war so gemein. Chantal. Oh, leise. Okay. Scheiße. Oh. 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 Wasser. Schmeckt beidig. Gut. Äh. Sieht mal, wo man hin muss. Oh. Sanft da runterrollen lassen. Mit Gefühl. Nö, da fäll ich daneben. Du glibst du das? Oder was? Wir sind alle daneben gefallen. Ah. Ah, ich bin ja noch erstes. Mit Kaya zusammen. Das zählt also nur. Das ist die Hälfte. Oh. Erstes ist es. Ah, okay. Das ist ja gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Nicht schlimm. Alles gut. Nein. Oh. Was ne Scheiße. Ich suche jetzt im Allerster. Steichglant. Kannst du mir Steichglant? Was? Steichglant? Steichglant. Äh, okay. Oh. Ähm. Oh, Gott. Welche Richtung muss ich? Keine Ahnung. Ich würde eigentlich gerne in die andere Richtung, wo der Pfeil ist. Äh. Ah. Äh. Nee. Doch, klar. Kann noch gar nicht sein. Oh. Ist dann richtig. Ihr habt auch drei gebraucht? Ja. Joa. Ich war jetzt so lange unterwegs. Ich dachte, ihr hattet 70. Ja, so lange nun auch nicht. Huch. Ah, okay. Ah, oh Gott. Das ist ja einfach. Dein Jan zinkt ihn. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Oh. Wo bleib ich denn? Oh, einmal kurz davor. Macken. Kum. Minkum. Minkum. Heißer. Knur, Alter. Igel. Ah, ja. Ja, ja. Du musst da hinten auf das Ding da hinten am Horizont. Ach so. Du kannst doch auf die Zwischenstation gehen, wenn du so weit dich werfen kannst. Äh, schlagen kannst. Doch, müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich gehen. Sagen deine Siebenfläge anders. Ja. Der kommt zu weit. Der kommt zu weit, ja. Ja, richtig, richtig. Der kommt zu weit. Zu kurz. Zu kurz. Mann, Kaya, da krieg ich ja einen Laken, ey. Da krieg ich ja einen Laken, ey. Ah, komm. Ja. Wow, auch mal. Oh, yo, yo, yo. Das wird ein Hole in elf. Das ist denn auch nicht mehr der Rede wert. Oh, ja, tippen. Sehr geil, ey. Hole in elf. Fuck. Nein. Nein. Ganz knapp. Hoch. Nein, 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 nein. Ja, ja, nein, ja. Ich soll mal das denn machen. Oh. Oh, yo, yo. Oh. Ah, das ist einfach. Oh, nein, 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 nein. Nein. Ui. Ui. Wieder am Anfang, super. Wieder am Anfang. Nein. Einfall dich ins Wasser. Halt doch mal einfach still, du blöder Fall. Ui. Nein. Nein. Eingetütet, das Ding. Ui, du bist ja hui. Nee, was war denn das Geiles? Weiß ich nicht. Ja. Jo. Oh, nein. Oh, Entschuldigung. Nein. Leck mich. Ja, bleib da liegen. Oh, schade. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein! Halt mich, ich weiß nicht! Lecken mich doch. Sehr geil. Was? Das ist sehr geil. Und wieder am Anfang. Ja, 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 jaaa! Dann komm, was machst du jetzt noch. Ja. Ja! Uh Voua! Jetzt wird nur noch Kaju. Ja, ich bin schon wieder am Anfang. Hallo, bezaubernd. Wie geht's dir? Ich bleib einfach nicht stehen. Zaubernd! Geile Sache. Ich bin wieder am Anfang. Du weißt, dass du nur noch einen Schlag hast, ne? Damit reißt, ich jetzt sowieso nichts mehr. Oh, das schaffst du noch, das schaffst du noch. Komm, 17 Schläge, schätze ich. Ja! Hä? Sind wir im richtigen Spiel? Also im gleichen, oder? Ja. Huch! Nein! Wir haben gleichzeitig... Was denn? Wo denn? Ach Gott, da hinten. Ja, komm schon, nein. Fast. Ey! Nein! Hä, wo muss man... Ach doch, ich bin richtig. Warum hast du mich mitgeschlagen? Scheiße! Oh Gott. Ui! Nein! Ich gehe den normalen Weg! Ui! Der ist auch nicht auch besser. Hallo! Ist auch nicht. Hallo, hallo? Hallo! Guten Morgen! Morgens! Bissen wir. So! Ich nehme an, bezaubert, oder? Wichtig! Zaubernd! Ne, Wäsche-Trockner! Jawoll, Junge! Jau! Ich habe gestern gesagt bekommen, ich hätte eine sympathische Stimme, ich soll anfangen zu streamen. Ich habe mich voll verarscht gefühlt. Ja, das verstehe ich. Oh, eingetütet! Hallo, Aydaria. Aydaria! Ich muss immer wieder neu lesen. Ich verstehe es nicht. Alles gut! Ich lege es nämlich immer Aydriana oder sowas. Alles gut! Oh, feiner Schuss! Oh, Lennbon! Das gibt es ja gar nicht. So! Das kommt hin! Scheiße! Scheiße! In meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin es nicht gewesen. Digi! Ist das von Witzho? Hm? Ist das von Witz? Nee, von SS... Wie heißen sie? Sido. SCP, oder? Ah! Habe ich nie gehört, aber kenne ich. No! Yo, bezaubern! Gleich eine Runde mitmachen, oder wat? Ja, ich bin schon am Starten. Ich bin schon am Start. Also, ich... Sehr geil. Ich habe kein Golf mehr gespielt im Stream, muss ich feststellen. Ganz, ganz viel Gatic-Phone. Ach, finde ich? Gatic-Phone. Kennst du das nicht? Nee. Oh, so lustig. Okay. Mit Adriana habe ich das schon mal... Adriana... Oh Gott! Habe ich das schon mal gespielt. Echt? Ja, also du... Das ist stille Post mit Zeichen... Also, wie ich scribble, malen und beschreiben. Du schreibst zum Beispiel den Satz... Spongebob vs. Nightrider. Da muss jemand Spongebob vs. Nightrider malen. Der Nächste muss die Zähne beschreiben. Und der muss das Beschriebene dann wieder malen, der andere. Und da kommen super lustige Sachen raus. Okay. Wo muss man hin? Du, Alter! Und das Spiel ist gratis. Prosa-Game. Okay. Na! Ja, und... Was noch? Ja, und dann abends beim Fernsehen gucken. Bisschen Golf. Jo. Wo ist denn Kaya? Weiß ich nicht. Ich, äh, schon... Hole in one. Was? Hast du wirklich Kaya? Nein. Oder ist Spitz... Ah, okay. Nein, 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 nein. Wollte ich mal jemanden fragen? Er hat einen ordentlichen Namen. Ich würd nur fragen, ob Kaya-Yana dann wirklich der echte Name sein könnte. Kaya-Yana. Ich glaub, der ist tatsächlich wirklich so. Der heißt tatsächlich so, ja. Er streamt tatsächlich auch, ne? Hä? Kaya-Yana, den gibt's ja. Ja, der streamt. Der streamt. Der streamt, ja. Und der ist so normal beim Stream, weißt du? Du sag, warum ballerst du mich ab? Was machst du da? Und so Sachen, ne? Also, der glitt irgendwie so überheblich, sondern gegen ganz normaler Spieler halt. Voll gut. Bist mich nicht an. Sieben. Iiii. Wo ist ein Kaya? Ein Kaya steht nur am Anfang. Achso. Ich überlege gerade meine nicht vorhandene Taktik. Was für mich? Das war sie nicht. Oh, Mann. Geht aber, geht aber. Das ist gar nicht so schlecht. Ich hab's besser hingekriegt als ich. Echt? Jo. Schon mal ganz kurz zu meiner Tochter. Ey. Und die sind wir mit ihr im Echt? Ja, was denn? Das ist mein Markenzeichen. So, lass mich. Ich hab' nicht die erste. Echt gut. Also, du warst dir schuld, aber wie geil war das? In der Luft, weißt du? Ich flieg schon daneben und frisches Land ist doch voll auf mir drauf. Oh. Ui. Ey, war gar nicht mehr. Nein, 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 nein. Warte, du musst mal machen. Ja, ja. Entschuldigung, keine Störung. Alles gut. Ich hab grad Fieber gemessen bei der Kleinen. Die hat gestern ein bisschen Husten gehabt. So, aber nur ab und an. Und heute Abend hat die Nase angefangen zu laufen. Der Husten ist fast weg. Heute Morgen einmal kurz, halb Mittag einmal kurz. Seltsam. Okay. Jetzt hab ich grad Fieber gemessen wegen Corona und so. Kennst du, ne? Und das ist der Scheiße hier. Nee, nee, hat sie nicht. Okay. Ja, super. Hat sogar Untertemperatur, 34,9. Obwohl sie am Toben ist. Ich denke mal, sie ist stark am Schwitzen. Ich denke mal, dass deswegen die Krippertemperatur ja runtergeht. Es hat nämlich aufgehört zu toben jetzt zum Ausrollen. Kann sein. Ah, nein. Guter! Da will man auch mal abkürzen und das geht natürlich voll in die Hose. Echt? Ja, bei mir auch. Ist richtig nass, ey. Ist so. Ehh. Ehh. Wie bescheuert. Ich weiß noch nicht mal, wo man hin muss. Ich schon, aber ich. Ich auch, aber. Ja, ohne Springen geht ja gar nichts. Also Springen, ja. Springen ist immer. Wie man dahin kommt. Oh, wo kommt denn hier dieses ekelhafte Esch her? Ich habe kein Echo. Ich auch nicht. Ein Echo hat sich manchmal bei Kaya, aber. Test, Test. Seien die alle drin? Äh, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ah, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Wo das Echo herkommt. Ich bin letzter. Also mal als Tipp, falls ihr mein Echo habt. Ich habe es gerade herausgefunden. Ich hatte den Ton vom Stream ganz leise auf Stufe 1 an. Also von 100 genau auf 1. So, dass man nichts sieht. Aber war noch an. Mann, Kaya. Was denn? Warum bist du so gut? Gut. Ein Punkt Unterschied. Ja, neun Schräge. Warum bist du so gut? Willst du mich verarschen? Ich will mich nochmal verlieren. Oh, Alter. Man kann nicht immer gewinnen. Doch. Nein, kann man nicht. Er will der Allerbeste sein. Er will der Allerbeste sein. Er ist ein schlechter Verlierer und er ist ein schlechter Gewinner. Wie weit will ich eigentlich noch hier runterfallen? Kann man denn eigentlich noch Gewinner sein? Ey, das ist noch ein Loch. Nimm das. Oh, ich bin richtig hier. Wow. Hä? Was? Ey, ich verrichte. Da kommt doch der Schwarze. Guck mal. Aber das kann ja nicht sein, oder? Echt? Tatsächlich kommen alle da runter. Ja. Wie geil ist das denn? Oh, mein Mann. Ich dachte nicht, dass er ist. Dass das Loch ist. Ich dachte nicht. Ja, ich komme. Wer ist der Pinke da? Ja. Der Frische. Oh, ich habe gewonnen. Warte, ich lade dich sofort ein. Richtig, das war's. Warst du gerade in Köln auf der Parade? Ja, war ja Gay Pride. Ui, 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 ui. Schick mal bitte einen Einladungslink. Ja, ja, mache ich sofort. Ich muss nur erst mal die Karte laden. Ja, okay. Ich muss nur erst mal die Karte werden. Komm' an. 九ib Moon in Karte. Ich hab Ohne Dailyuli. Untertitelung des ZDF, 2020